Ich bin nicht hier, weil ich Porsche kaufe. Ich habe mein Auto in der Werkstatt wegen dieser Airbag Leuchte. Zwei Wochen alt Leuchte und Airbag Leuchte. 250.000 Euro Auto. Und noch, wenn ich klassische Musik höre. Wenn ich klassische Musik höre, vibriert ein ganzes Autovideo, als ob es ein Blatt Lupo ist. Nächste Woche, Blatt.